Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ähm, was wollte ich sagen, auch guter Start fürs Video. Ja, heute gibt es einen kleinen Zusammenschnitt von dem gemeinsamen Urlaub von meinem Freund und mir. Wir waren vom 23.8. bis 28.8. in Heiligenhafen an der Ostsee und was wir da alles uns angeschaut haben, das zeige ich euch in dem heutigen Video. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da und ja, wenn ihr jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis denn! Tschüss!